26 26 26 26 und halb Na? Kannst mir ein bisschen was davon mitbringen Vom Quarz? Äh, ich überlege ob ich das selbst noch irgendwann verwende Ah so, okay dann Sonst, klar Wo findet man denn da Quarz? Nee, da Quarz So Antiberius, baust du nachher mit das geile Baumhaus? Geiles Baumhaus, da bin ich der Baum 25 Ich züchte mir gerade so die letzten Ding zusammen Die letzten Setzlinge Okay, zwei brauchen wir noch Wir fallen keine mehr Schau mal, welche ich in die Truhe gepackt hab Äh Du brauchst Jungle Wood oder wie? Ja, ich brauch Jungle 7 Ah, ich dachte wir hatten mal einen Warte, ich guck mal kurz in die Truhe Ja, ich hab einen Effizienz E4 Ich kann durch Neverrennen Und da Den Zeug weghauen Den Zeug, Alter Ja, mit Effizienz E4 Äh, Nico? Ähm Wir werden bald Dark Souls auf unserem Kanal haben Oh, nice Wuh Und in dem Fall Warte mal, das heißt, ich muss mit Laser gleichzeitig aufnehmen Damit wir uns gegenseitig sammeln können Weil ich glaub wir spielen's halt immer so und helfen uns ja gegenseitig dabei immer Wenn wir Hilfe brauchen Wenn wir Hilfe brauchen Ne, du kannst bei Dark Souls eben Wenn du Hilfe brauchst, was du brauchst Ähm Kannst du immer einen anderen beschwören Also er muss so ein Zeichen auf den Boden setzen, dann kannst du ihn beschwören Ja Fakt, das heißt Angst auch, wir müssen dauerhaft auf Humanity spielen Scheiße 29 Ah Hast du noch ein Ding, ein Zeppling? 29,5 Äh, ich, ja Warte, wo bist du? Da bist du Dschungel Dschungelsetzling 30 Ich würd mal interessieren, was das überhaupt für ein Baum ist Hinter dir Was ein Baum ist, da drüben die drei siehst du Nein, äh Was in Wirklichkeit das für ein Baum wäre Ja, steht hier die ganze Zeit Ja, aber was zur Hölle ist ein Dschungelsetzling? Hä? Achso, das sind die, das sind die Großen Von denen bräuchte ich übrigens auch noch ein Paar, ne? Ich rede jetzt gerade von in real life Achso, ein Dschungelbaum Hm So, ähm Ist das ne Bananen-Kokosnusses-Ding oder wie? Achso, ich würd sagen Banane Ich würd sagen Banane oder ne Palme Aber eher ne Banane eigentlich, oder? Alter Dschungel besteht verfickt doch mal nicht aus Bananen-Palmen Ich fänds aber lustig Tiberus, Tiberus, wir verstehen uns, okay? Nö, wie, was, nein Ja doch, Banane, wir verstehen uns Ja, Banane, Wing Und Kokosnüsse Ja, das ist ja Also ich überlege, ob ich ne neue, neue Diamant-Picke machen soll Oder Ja, Diamant-Picke, komm Ey, wir haben nicht mal genug zusammen für ne Diamant-Picke Ja, ich schon, ich war letztens, ähm Im Lever hatte ich Glück Ich will ne, ich will ne Fortune-Picke haben, damit das, äh, Diamant-Farm leichter wird Fortune Ja, Fortune Ja, Fortune, kennst du nicht? Von Julians Block Von Julians Block Rap Battle? Nope Guck ich nicht Hab ich auch noch die erste Staffel gegeben, glaub ich Ich mag JB nicht Du magst, äh, BJ, äh, ja BJ, der mag BJ nicht, ja Das ist n Scherz, Effizienz 4 Ja, Mann Effizienz, Alter Ich werde gleich zu sterbe Ich hab eine Spitzhacke mit Effizienz 4 Diamant-Spitzhacke mit Effizienz 4 Wunderbar Medizong redet auf mich zu Jetzt flüchte ich wieder Oh, hat sein Bruder mitgebracht Ey Ich hab gerade erst nen Heldentat vollbracht Ich hab den Baum da oben weggegraben, das letzte Stück Holz Nein! Echt jetzt? Ohja Ohne Scheiß Keine fliegende, schwebende Baumhinsel mehr Cool Ah Ja, wenn ich mal vorbeikommen soll, sag dir mir Bescheid, ne? Ja, wenn du willst, kannst du mitbauen im Baumhaus Ich blende gerade den letzten Baum Ne, ne, mitbauen, na, ne, ne Ne, ne, so geht das nicht Also Sklau und Arbeit funktioniert bei ihm nicht Bitches, ey, weißt du? Ja, mach ich nicht mit Wittner schon mit Bezahlung und so'n Shit Ja, geil, ich bin 12 Diamanten pro Block Pfff, wollen wir so viel haben Ja, machen wir elf, okay, elf und halb Mit Zinsen Hahahaha Nope Schade Ich hatte es Hoffnung Gut, Leute, ihr werdet jetzt voll... äh ich Autsch Lol Ah, ich kann... Im Portal kann man kein Chat anwenden Lol So, jetzt Noob, Noob Das war voll... Das musste sein Er hat es verdient Ich war irgendwie Sachen kann er sich ausdenken, der Noob Sag's grad du, ne, der Spruch ist auch geklaut Na, Julian? Jaaa Jaaa Neee Ahja, du bist auch so ein Bobby Er hat sich's wie Gutenberg selber ausgedacht Ohja Bitches, so läuft's Nur die Faulen arbeiten willst Mhm, ja Warte Warte, finde die Heroin im Satz Ich weiß ja nicht Hahaha Hahaha Ah, scheiße Nope Nope Verpässt euch Nein, ich steh nicht auf euer Verraten, das Fleisch Schmeckt aber voll lecker, ey Probier's ernsthaft mal Voll viel Proteine Äh, pay Ich steh nicht auf dem Zombie-Deck und so Drei Rundpfeiler meines Hauses stehen Also ich glaube ich pack mal Drei Rundpfeiler Drei Rundpfeiler Wann das nicht mal vier? Nein, ich baue so ein Dreieckshaus Weißt du, nachdem er dreimal gestorben ist Frage ich ihn mal, ob er Hilfe braucht Hahaha Aber erst nach dreimal Hahaha War Absicht Ähhhhh Klar Boah, Alter Tiberius, ähm Die Quali von dem Mikro gerade ist mega schlecht Ja, ich weiß, das ist das falsche Mikro Warte Ich hole mal eins, das besser rauscht Wört Gucken wir mal Da-da, mit Files Activation Ne, wenn du lachst, dann hörst du komisch hackig an oder so Wie wär's damit? Ah, jetzt hört sich schon Ach, Nico, ne? Interessanter an Ähm Ich werd mir vielleicht das Große Membranenmikro holen für 65 Wo ich gezeigt hab Ja, das will ich mir auch holen Ja Wollten wir noch Doppelpack machen So weißt du Ho, ho, ho und ho Ha, hu.. Ho und ho Hole and ho holen Das Gleiche Ja, mit Ständer, ne? Ja, zum sens dazu er weiß nicht ich will das ganze in der hand halten da ist einer handwerker wenn ihr mir drei diamanten abgeblichen effizienz vier spieler wir haben zwei diamanten wir haben nicht mal ich glaube du vergisst hier mit wem du redest da man bei mir definitiv erkennen kann dass ich ein mann bin musst du es sein ja julian du könntest eine grüne hexe sein das hat's ego getroffen nerdy style ich nehme mal ein wenig glowstone mit weißt du wenn schon denn schon knall ich mir erst mal den kopf gegen die decke kürzlich das dauert ja mega lang das abzubauen auch mit der effizienz vier picke die hacke macht die spitze die die axt macht es schneller weg ok ich hab mal karotten wieder angepflanzt ein paar alter die gasträne macht es noch schneller weg wollt ihr mich verarschen du verarschen warte das ist eine effizienz vier halt drauf irgendwas mach ich falsch ja vielleicht ist das zeug immun gegen effizienz Hm, so, so gegen, weißt du? So Effizienz, waaah, weg damit! Mach weg den Shit, braucht man das nicht! Kauf dir dein eigenes Eis. Hey, ich back mir ein Eis. Hm. Was sagst du, gehst lieber zum Bäcker fürs Eis? Ich vergrößere unseren Garten. Soll ich ihn zweistöckig machen? Hm, joa. Zwei Eisstocken? Oh, ein Ghast! Näh. Bin ich auf den Sack? Ich muss über die Bäume ein bisschen abrasieren. Dann kann ich das Glowstone wohl doch nicht mehr so gut holen. Ghostfeuer, verschwinde! Ich hab das Gefühl, gleich krieg ich's auf die Fresse. Ja, toll, jetzt brenn ich. Was machst du? Ganz ehrlich? Feuerparty im Never. Aha, so hört sich's an. Kennst du das nicht? Ähm, ja. Ist alle der Feuerzeug rum? Der Erste, der brennt, hat verloren. Ja, die, die Technik kenn ich auch, aber das, das nennt sich nicht Feuerparty. Hm, irgendwas mach ich falsch. Aha. Böser Creeper. Ja, gell, gib ihm erstmal Hausarrest. Ja. Alter! What? Ich hab Kassel unsere ganze, unsere ganze Deko umgeniefert. Vorm Haus. Du hast'n nur angestellt. Feuerparty gespielt! Ficks. Hässlicher Drecks-Andermann, was zum... Ey, du bist wieder so mega laut. Tiberius. Ja, was ist das? Bla 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 bla. Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Musstest du zwar nicht sagen, aber... Ja. Hm? Ja, Gott. Wettler zu sterben. Mhm. Krieg ich den? Krieg ich den? Nee. Mama, ich renn wieder ins Haus. Hey, Dudes. 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 Nein! Shit! Geht mir nicht auf'n Sack. Everybody dude will flop. Ah. Ach. Ach, du bist da, okay. Puh. Und der John ist irgendwie gerade unser Baumhaus hoch. Also unser Dreckhaus hoch. John ist bei euch? Ja. John der Baumhaus. Das sieht zumindest so aus. Boah, der... What? Wo ist der zweite? Nee, da ist nur ein Gas. Ich dachte gerade, da wären zwei. Ich habe in meiner Aufnahme einen Teil, wo ein Gas direkt vor meinen Augen spawnt, ne? Ja. Boah, das passiert dann aber da. Boah, das passiert dann aber da. Eben, dann haben wir direkt mit dem Messer, wollte ich gerade sagen. Ich habe ihn weg gemessert, ne? COD-Style. Mhm. Klar. So, jetzt bin ich Level 25 gleich wieder. Also jetzt bin ich Level 26 gleich wieder. Äh. Dich. Wie Stacks hab' ich'n? Kleben erstmal Quarz zusammen. Ein Quarzblock. Da geht noch mehr. Alter, was macht der? Ein Quarzblock. Ich würde echt gerne wissen, was Alex gerade treibt. Ein Quarzblock. Guck. Siehst du? Alex spielt Feuerparty. Genauso wie ich. Was ist denn geil? Hab's doch gesagt. Lame where a zombie was. Lame where a zombie was. Lame where a zombie burned to death. Ich guck, ich warte mal, warte mal. Dreimal von Zombie erschlagen. Wie oft ist er jetzt in der Aufnahme gestorben? Viel aus großer Höhe. Einmal Skeleton. Zweimal Creeper. Dreimal. Ähm. Dreimal Zombie. Zombie Zombie. Ja. Not bad. Not bad. Wir wissen auf jeden Fall, dass er jetzt in diesem Falle kein Noob im Sterben ist. Dass er keine Levels mehr hat. Ja, das auch. Weißt du, sowas ist Skill, ne? Mhm. Ich hab Pep hier auch schon einmal getötet. Ach du warst dann? Ich hab dann eben geschlagen und ihn gekillt. Leute, ich glaub ich bin mit Abstand der friedfertigste Spieler momentan. Wie oft bist du gestorben? Ich wurde nicht einmal getötet. Von irgendwem. Und ich hab auch keinen Erbschlagen. Können wir das nachholen? Fick dich, Nico. Ja, du hast eine Option. Du musst ja nicht gleich pussig sein. Sorry, dass ich auf deine Gefühle rumtrampel. Ich trampele nicht auf das andere rum, da hast du auch Gefühle drinnen. Ja. Ey Nico, ich musste am Mittwochmorgen feststellen. Ich komm auf Weizenbier. Du hast dich.